hallo meine freunde recht herzlich willkommen zum heutigen video ihr habt sicherlich eben schon gesehen alles leer es ist wieder platz da aber was fehlt die masters of universe origins sind weg ich habe den radikalen schnitt gemacht und alles auf ebay kleinanzeigen verkauft und damit sind wir auch beim heutigen video thema mal wieder das verkaufen auf ebay kleinanzeigen ist immer für ein paar geschichten gut also perfekt für meinen kanal ich sollte da vielleicht mal öfter was anbieten aber auch an euch da draußen haltet schon mal die finger bereit haut in die kommentare was ihr so auf ebay kleinanzeigen alles schon so erlebt habt denn gerade ich sag mal so wenn es auch in die etwas höheren preisigen sektionen geht erlebt man ja immer alles mögliche auf ebay kleinanzeigen sei es für sei es die leute die dir ich sag jetzt mal gibt dir 50 euro für alles sei es die betrüger account die dann versuchen dir irgend so ein boten vorbeizuschicken das sind ja schon so zwei absolute klassiker ja aber auch jetzt diesmal beim verkauf meiner masters of universe origins sammlung bin ich wieder auf den ein oder anderen getroffen sozusagen also wenn ihr meinen kanal aufmerksam verfolgt dann wisst ihr ja mittlerweile ich hatte ja sehr viel von den masters of universe origins gehabt und hatte die auch alle ausgepackt gut ich muss jetzt nicht noch mal erwähnen dass es ziemlich geile toyline ist aber ausgepackt es ist halt so du hast die figuren da stehen wo ich es stehen hatte es ist alles voll gekleistert und du hast das zubehör extra noch woanders da weggepackt es war nicht mehr so wie ich es mir vorgestellt hatte vom platz her und von der präsentation her und für mich ist etwas die präsentation ist für mich schon sehr wichtig das sollte immer ungefähr in die richtung gehen wie ich mir vorstelle ansonsten bin ich nicht so zufrieden damit deswegen habe ich mir jetzt gesagt masters of universe origins lose weg ausgewählte figuren hole ich mir dann noch mal auf karte und präsentiere die dann an der wand aber das soll ja heute nicht das thema sein ebay kleinanzeigen soll ja das thema sein ich habe also die sammlung eingestellt das waren das circa 30 figuren die burg vier fahrzeuge hatten gesamtpreis genannt oder halt einzelverkauf habt dann diverse preise aufgelistet und am ende habe ich dann geschrieben bezahlung wie immer halt bei mir paypal freunde überweisung oder bar bei abholung über nacht hatte ich das ganze dann online gehabt und habe am nächsten morgen dann natürlich schon entsprechend viele nachrichten vorgefunden da waren dann auch so primitive ich weiß es nicht was die leute sich erwarten das waren dann auch so schon primitive nachrichten dabei wie zeigt man ninja zeigt man ninja das war die nachricht also erstmal höfliche umgangsform gleich null kein bitte kein danke oder was er überhaupt haben will zeigt ninja war schon ein bisschen amüsant so dreist auch war ich weiß es nicht auch warum man ein ninja oder überhaupt eine masters of universe origins figur zeigen muss die kann man sich ja überall angucken und ich würde jetzt mal behaupten also ich habe jetzt noch nie eine masters of universe origins figur gesehen die irgendwie total abgeranzt war aber okay ich habe gar nicht großartig darauf geantwortet dann hatten wir noch leute gehabt die hatten dann spezielle anfragen gehabt zum beispiel ich wusste zum beispiel gar nicht dass es vom vom sky sky let sky jet mit prinz adam irgendeine version gab wobei der das schwert nicht in die hand nehmen konnte das scheinbar totaler mir vorbeigegangen so was wurde dann noch gefragt ist das das und das kann er das schwert in die hand nehmen ist ja alles noch so im humanen bereich aber dann als man dann so in die region gekommen ist wo sich tatsächlich leute interessiert haben wurde es dann halt nach und nach ein bisschen interessanter die ersten drei leute die sich ernsthaft gemeldet hatten da waren zwei dabei die hatten interesse an ein paar figuren und es war einer dabei der hat mir dann ein angebot gemacht um alles zu nehmen per versand und das war jetzt nicht sage ich mal die summe die ich mir ursprünglich vorgestellt hatte aber ich sage mal für so eine komplett abnahme war es dann noch okay einzelverkauf bekommt man ja immer mehr raus ich habe dann gesagt okay weiß ja nicht ob sich da noch jemand meldet können wir machen den deal habe den anderen zwei leuten dann geschrieben hier tut mir leid ich habe jetzt erst mal ein der alles nehmen will falls der dann doch noch abspringt melde ich mich bei euch und dann können wir noch mal darüber reden ich habe dann auch während er nicht während der arbeitszeit um gottes willen wer macht denn sowas also ich habe einen halben tag mit der person dann geschrieben über ebay kleinanzeigen wie das dann alles abläuft ich habe dann auch noch gesagt jo ich schicke wahrscheinlich zwei pakete wegen der größe und wegen der menge und so weiter das muss ja auch alles sicher verpackt sein ja er möchte damit paypal zahlen und so schreibe ich ja gut kein ding wenn wie gesagt wenn der paypal freunde okay für dich ist machen wir es per paypal ist mir auch lieber ne ja und irgendwann kam dann eine paypal zahlung aber mit gebühren also ich habe mir jetzt sagen lassen gruß geht raus du weißt schon wer gemeint ist ich habe mir schon sagen lassen dass das manch einer gern mal so versucht wenn paypal freunde ausgemacht ist dann das hochzurechnen was für eine summe muss ich senden damit er die summe bekommt und viele würden das dann gar nicht merken dass es mit paypal wie heißt es paypal waren ich nenne es immer paypal geschäftlich nenne ich es immer ihr wisst schon paypal mit gebühren das würden die dann gar nicht merken und so ihr wisst aber mir kommt es ja nicht auf die gebühren an ist halt so wenn man so ein service nutzt aber ich will halt nicht abgezockt werden dass irgendeiner nach 123 monaten da noch ein fall kurz vor ende öffnet und ich weiß von nix und habe keine nachweise mehr und sonst was na der ein oder andere hat das im internet schon mal gelesen ich habe auch schon zwei so fälle gehabt habe ich keine lust mehr drauf ist ist ergeben seine sache die die zahlungsbedingungen standen ja drin ihr wisst auch schon worauf ich jetzt hinaus will ich habe dem das geld direkt zurück gesendet nach hier die ist wahrscheinlich ein fehler unterlaufen ich habe mach nur paypal freunde ich habe doch die gebühren übernommen sondern habe es ihm versucht noch mal zu erklären ja so und so wirst du wieder so indirekt als betrüger hingestellt weil du ja nur paypal freunde nimmst und die leute abziehen er hat ja keine sicherheit da ich ja die habe ich auch nicht sag ich wenn du einen fall eröffnet und so und so dann habe ich auch die probleme sag ich kann dir auch ein leeres paket schicken beweis mal bei paypal dass da nix drin war ja ich verstehe das nicht also aber okay ist es ist jeder hat so sein ding entweder man macht oder was nicht oder man macht es halt nicht und hat er dann halt auch angefangen ja sie können sehr gerne einzeln verkaufen dann haben sie mehr zeit und mehr aufwand und tralala wollte er mich so ein bisschen unter druck setzen dann habe ich gesagt ja gut dann mache ich es halt das ist mir doch egal aber sag ich ja dann lassen wir das halt so dann haben wir es gelassen und dann schreibe ich ihm dann noch ja man könnte ja eigentlich auch erst mal fragen wenn da steht paypal freunde man könnte auch erst mal die leute anfragen ob sie auch paypal per gebühren machen und nicht einfach ungefragt paypal mit gebühren senden und dann beleidigt sein weil er hat dann auch wenn er jetzt schreiben würde was er denkt und über mich und tralala dann würde er gesperrt werden und so ja sorry ich hätte mir auch einen halben tag zeit sparen können wenn er einfach mal gefragt hätte ob ich auch paypal gebühren macht ich weiß es gibt eine große gruppe da draußen ich sagt paypal freunde macht man nicht und ich verstehe das auch voll und ganz ebay kleinanzeigen irgendwas per paypal freunde und so zu schicken aber ich sage mal paypal freunde ist für mich einfach nur so was wie online banking weil ich habe kein online banking wenn ich online banking hätte würde ich direkt nur überweisungen machen lassen und fertig aber so habe ich keinen bock jeden tag auf die bank zu laufen und zu gucken wann das geld endlich drauf ist habe ich auch schon spezialisten gehabt die dann eine woche zwei wochen gebraucht haben bis sie mal gezahlt haben und rennst dann ein zwei wochen jeden tag zur bank holst einen auszug und guckst ob die kohle drauf ist und deswegen mache ich paypal freunde das ist der einzige grund gut da war ich natürlich ein bisschen bedient habe dann die anderen zwei leute angeschrieben die sich vorher also die sich gemeldet hatten wegen den einzelfiguren habe geschrieben okay die in die figuren von eurer wunschliste wären noch da falls interesse besteht noch habe ich beides zeitgleich weggeschrieben weggeschickt der eine hat auch noch geschrieben er würde die zauberin nehmen und den hordak den habe ich dann erst mal gefragt welche zauberin und welchen hordak weil ich hatte ja zwei varianten gehabt einer von den beiden hat sich dann aber letztendlich doch dazu entschlossen alles zu nehmen hat gefragt kannst du mir beim preis noch ein bisschen entgegenkommen ich habe dann gesagt ja okay der der abgesprungen ist hat mit denen den preis geboten den würde ich halt akzeptieren da war damit einverstanden und wir hatten dann sozusagen erst mal ein handschlag deal schriftlich der andere typ hat mir dann nach drei stunden geschrieben nach drei stunden habe ich eine antwort bekommen so und so und so habe ich gesagt du ich traue es mich ja kaum zu sagen aber es hat sich jetzt wieder mittlerweile einer gemeldet der das alles abnehmen will und gleichzeitig hatte sich auch noch jemand gemeldet der gesagt hat ich wenn der andere auch abspringt würde er auch alles nehmen also ich hatte zwei leute gehabt die alles nehmen und den einen mit seiner handvoll figuren ich habe gesagt sorry es hat sich jetzt wieder in der zwischenzeit einer gemeldet und hinten dran steht auch noch jemand der alles nehmen würde ich glaube das wird nichts mehr so dann macht der andere auf einmal einen voll auf beleidigt äh wir hatten in kauf eine kauf zusage eine verkaufs zusage einen kaufvertrag was soll ich jetzt meinem sohn erzählen ich habe ihm schon erzählt dass es ganz viele neue masters figuren gibt und so weiter ich sag so ja was ich für ein mensch wäre und ich sag ja sorry kannst du deinem sohn sowas erzählen wir haben nicht mal eine kaufvereinbarung gemacht sagt du hast du hast mir eine liste geschickt welche figuren du nehmen würdest ich habe dir geschrieben ich melde mich dann habe ich dir jetzt eine frage gestellt welche zauberin und welchen hordak du willst und es kommt halt keiner antwort ich kann ja nicht jedes mal stundenlang warten bis jemand antwortet wenn sich in der zwischenzeit jemand meldet und ich kann auch noch alles verkaufen dann verkaufe ich das natürlich alles an den ersten der was zahlt ja geht ja nicht wir haben eine kaufvereinbarung gehabt komm lass mich in ruhe google mal was eine kaufvereinbarung ist es wurden nicht mal preise genannt und alles und sage ich natürlich denke ich nur an mich sage ich es ist meine ware das zeug gehört mir natürlich denke ich nur an mich also ganz ganz komische leute wieder aber ich muss sagen wenn wir mal zum positiven kommen ich habe dann wie gesagt schnell alles abgeklärt mit der anderen person er kam es gestern abholen ihr seht es ist alles leer meine gameboy vitrine ist wieder schön leer also obendrauf leer nicht in er hat es abgeholt sehr nette person wieder mal und auch hier wieder hat man mehr als eine stunde hier im zimmer gestanden und getratscht über die alten zeiten man hat mal wieder so gefühlt was die sachen angeht so die figuren und alles auf einer wellenlänge man kannte alles was der andere kannte und konnte sich geschichten erzählen das war wieder ein super erlebnis das ist meistens das positive dieser positive nebeneffekt wenn man bei ebay wenn jemand was abholt was man verkauft hat und die meisten hier so in so ein zimmer reinkommen wahrscheinlich wenn ihr ein sammlerzimmer habt denke ich mal wird das genauso sein und die kommen dann rein und sehen die sachen und dass man dann sofort so ins gespräch kommt und und jeder erzählt so seine geschichten was er so mit was er was in verbindung bringt und was er so gemacht hat und so und das sind halt diese in einem meiner letzten videos habt ihr es ja gesehen die sonnenseiten des sammelns ähm das sind diese schönen momente er war glücklich er hat es auch für seinen sohn gekauft denke ich mal also er hat es gesagt er hat auch mit dem sohn telefoniert ich glaube ihm das auf jeden fall da weiß man okay das zeug ist wirklich in guten händen das wird den kindern auch mit einer freude gemacht und nicht irgendeiner der auf profit aus ist und die sachen dann irgendwie teurer im internet verkauft ich hoffe es doch mal ich klopfe mal auf holz auf falsches holz und ja jetzt sind sie weg ähm springen wir nochmal kurz zu dem thema masters of universe origins sind weg ähm lose wird da nix mehr kommen bei mir also ich hab jetzt ähm also ich hab ja schon ein paar original verpackte für die die es noch nicht wissen ansonsten zeige ich dir irgendwann auch gern mal äh ich hab jetzt noch ein paar figuren nachbestellt ich hab noch zwei drei auf meiner liste also wer wer noch einen ähm was suche ich denn eigentlich noch ähm roboto auf karte den normalen hordak auf karte und noch eine figur wollte ich auch noch haben ich weiß jetzt nicht warum sie mir nicht einfällt äh keine ahnung was die dritte figur also drei figuren habe ich noch auf einer liste die mir jetzt noch fehlen ähm und auch bei den zukünftigen figuren werde ich das dann so handhaben dass ich mir nur ausgewählte figuren kaufe und die dann auf karte lasse in morax case an die wand klatscht ähm es ist einfach besser also ich hab gemerkt bei den origins so gut die toyline auch ist aber ähm der teilweise preisverfall bei den also bei den fahrzeugen auf jeden fall ist mir zu krass ähm der die die figurenverfügbarkeit ist gefühlt reine glückssache meistens bekommt man die figuren aber dann ist immer mal irgendwie eine figur pro wave dabei die dann irgendwie ausverkauft ist und dann mehr geld kostet und äh ich hab halt auch schon gemerkt dass ich wieder in diesen in dieses schema verfallen bin Sachen zu kaufen um es komplett zu bekommen beziehungsweise weil es zum guten Preis erhältlich war obwohl mir die figuren gar nicht so zugesagt haben also zum einen sage ich mal vielleicht der charakter an sich zum anderen dass die figur hat nichts besonderes war jetzt von der optik her und ich möchte nicht mehr in dieses muster verfallen ähm alles einfach nur zu kaufen um irgendwas komplett zu haben weil auf lange sicht wurde ich damit noch nie glücklich sage ich mal also ich persönlich ähm ich beneide immer die Leute also was heißt beneiden ist jetzt nicht weil ich bewundere die Leute ähm die dieses diese Hardcore-Sammler-Leidenschaft haben man muss ja nur mal im Internet gucken muss man ja nicht lange suchen da gibt es ja Leute die haben das bezogen auf Masters of the Universe das reinste Museum daheim äh vielleicht wenn man den Platz und das Geld hat vielleicht spielt das alles keine Rolle aber ich habe zumindest den Platz nicht und das habe ich auch jetzt schon mehrmals verlauten lassen in den Videos und deswegen muss halt auch Platz eingespart werden so und ich habe es jetzt anfangs des Videos schon gesagt äh die Gameboy-Vitrine ist oben frei ich weiß jetzt nicht was ich da drauf stelle keine Ahnung ähm ähm mein Regal hat oben wieder boah ein bisschen Abstellfläche für Mox mal gucken wie ich das Ganze dann nutzen werde vielleicht werde ich dann ein paar von den Vintage-Figuren oben hinstellen statt in und dann hat man wieder ein bisschen Platz zur Verfügung natürlich ist immer noch meine Planung äh mit den 1-2 Regalen die ich hier hin machen möchte ähm ob das dann so sein wird wird sich irgendwann mal zeigen denn letztendlich ist es doch noch so solange ich immer noch ein bisschen Abstellfläche habe versuche ich die natürlich erst mal zu nutzen bevor ich mir was Neues anschaffe und erst wenn es dann zugequetscht wird dann kommt das wieder mit dem Regal ans Tageslicht so aber das war es jetzt von mir ähm wie gesagt also ich persönlich habe die Geschichten jetzt wenn man selbst daran beteiligt ist schon als ziemlich krass empfunden gerade was man ähm teilweise an Nachrichten so kriegt auch von der Tonart her jetzt habe ich hier zum Beispiel was war denn das jetzt äh Antwort vom Anbieter naja ich habe eben schon wieder was gekauft ähm fand ich das schon ziemlich dreist es gibt ja auch die Leute die dann so 20 Fotos haben wollen und sich dann gar nicht mehr melden oder auch gar kein Interesse mehr zeigen ähm haut es auf jeden Fall mal in die Kommentare was ihr so zu berichten habt und seid ihr auch der Meinung lieber ausgewählte Sammlerstücke äh Sammlerstücke gesagt lieber ausgewählte Figuren aus irgendeiner Toiline oder muss man alles am besten zusammen kaufen denn nur komplett ist richtig gut ähm ähm lasst es mich wissen und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos Ciao wie gonna man das jetzt Motor ist ich weiß es mal